Hallo Conny! Hallo Betty! Dich habe ich ja ewig nicht gesehen. Ja, ich dich auch nicht. Komm, wir drücken uns mal. Nein, nein, du musst Abstand halten. Du darfst mich nicht drücken. Abstand? Warum denn? Es ist doch Corona-Zeit. Was ist das denn? Das ist eine ansteckende Krankheit und dann darf man sich nicht anfassen. Und du musst ein bisschen weg rücken. Okay, und was muss man noch so machen? Das sehen wir jetzt mal zusammen. Okay. Wenn wir Hallo sagen, winken wir uns zu. Wenn wir Hallo sagen, winken wir uns zu. Keine Hände schütteln, wichtig. Ja, so machen wir es richtig. Wenn wir Hallo sagen, winken wir uns zu. Wenn ich husten muss, dann huste ich in den Arm. Wenn ich husten muss, dann huste ich in den Arm. Ja, wir nehmen alle rützig, drehen uns weg und machen's richtig. Wenn ich husten muss, dann huste ich in den Arm. Nach dem Husten weiß ich gleich, was ich da tue. Hände waschen mit der Seife Schuh wie du. Ja, das darf ruhig richtig schäumen. Runter waschen, nicht versäumen. Hände waschen mit der Seife Schuh wie du. Wenn ich husten muss, dann huste ich in den Arm. Hatschi! Wenn ich niesen muss, dann nies ich in den Arm. Hatschi! Ja, wir nehmen alle rützig, drehen uns weg und machen's richtig. Wenn ich niesen muss, dann nies ich in den Arm. Hatschi! 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 Nach dem Niesen weiß ich gleich, was ich da tue. Hände waschen mit der Seife Schuh wie du. Ja, das darf ruhig richtig schäumen. Runter waschen, nicht versäumen. Hände waschen mit der Seife Schuh wie du. Hände waschen mit der Seife Schuh wie du. Hände waschen mit der Seife Schuh wie du. Tschüss!